Vor längerer Zeit habe ich mal ein Video aufgeladen, in dem ich über meine Zeit im Assessment Jahr an der HSG erzählt habe. Und da schreibt jemand, ich habe dank diesem Video meine Freundin gefunden. Danke! Ich war mega baff und habe zurückgeschrieben, was wirklich. Bitte erzähl, wie das ging und Gratulation. Ich würde gerne deine Antwort in einem Video von mir vorlesen. Anonym natürlich, wenn das für dich in Ordnung ist. Ist gerade mein Highlight heute. Und daraufhin auch fix, aber unter einer Bedingung. Du musst es am Valentinstag veröffentlichen. Da denke ich mir, da wird jemand wohl heute ein Date haben. Ich habe ja unter diesem Video kommentiert. und sie hat mich dann angeschrieben und ein paar Fragen gestellt. Ich habe ihr alle nützlichen Tipps, die ich hatte, weitergeleitet. Wir haben einfach bis zur Halloween-Party etwas rumgetextet und uns das erste Mal an der Halloween-Party getroffen. Und dann ist es richtig losgegangen zwischen uns. Jetzt sind wir zusammen. Fast zwei Monate. Also mega Zufall und auf jeden Fall vielen Dank für dieses Video. Danke für die Kommentare. Ich hatte dann plötzlich eine Vermutung und geschrieben, es ist die Fragestellerin selber, oder? Weil sie hat mir mal geschrieben, jemand Tolles auch so kennengelernt zu haben. Und ich habe richtig geraten, ja! Alles Gute euch und Happy Valentine's Day! Alles Gute! – Vielen Dank.